Es gibt nur eine wahre Zeitliebe. Wenn ihr recht habt, Nosdormo, dann wird uns Tyr vielleicht gegen die Ewigen unterstützen. Ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Koranos, geht ihr mit? Eure Kenntnisse der Titanentechnologie könnten helfen. Natürlich. Ich werde für Tyr's Rückkehr alles tun. Ihr gafft uns Hoffnung, Nosdormo. Aber nun müssen wir handeln. Bringt die Silberschuppe zu Tyr's Grab. Sammelt alle Erinnerungen, die ihr findet. Wir müssen Tyr zurückholen. Lasst mich eure Reise beschleunigen. Viel Glück. Jemand bewacht diesen Ort. Das Symbol. Die silberne Hand. Verfluchte Maschinen. Warum werft ihr mich raus? Wir wollten euch nicht erscheinen, Paladin. Wir sind auf einer Mission. Für Tyr. Für Tyr? Ich bin Travart, Hauptmann von Tyr's Wache. Ich wache über Tyr's Grab. Wer seid ihr? Ich bin Koranos, ein Titanenhüter. Und das ist meine Begleitung. Wir wollen Tyr erwecken. Tyr erwecken? Wie... Wie wollt ihr dieses Wunder vollbringen? Mit eurer Hilfe. Hoffentlich. Doch erst müssen wir ins Grab. Ich bewahre den Glauben. Grüße. Auf Wiedersehen. Möge Tyr... Die Grabverteidigung wurde kürzlich reaktiviert. Ich weiß nicht warum. Ich wurde ausgesperrt und nun ist sie... Das ist Titanentechnologie. Vielleicht kann ich helfen. Versucht ihr die andere, Champion? Beim Licht. Ihr seid wirklich eine Schöpfung von Tyr. Das Siegel wurde gebrochen. Schnell, in die Hauptkammer. Bevor es sich wieder schließt. Seid gegrüßt. Gesegnet seien die Aspekte. Wenn etwas von Tyr übrig ist, finde ich es. Doch es könnte dauern. Ich kann und ich hoffe, es gibt hier Überreste von Tyr. Das wird... heftig. Die Konstrukte wären nicht hier, wenn es nichts zu beschützen gäbe. Wir nähern. Tyr ist hier. Ich hoffe, ihr liegt richtig. Stimmt. Hier ist... eine Macht. Ich kann sie auch spüren. Ich... Es ist Tyr. Für Tyr. Gerade rechtzeitig. Das Grab beginnt einzustürzen. Tyr's Energie hat womöglich den Lauf der Zeit aufgehalten. Wie treffend. Ich glaube, ich hab's. Gut. Dann lasst uns hier verschwinden. Bevor es auch noch zu unserem Grab wird. Ich habe viel gesehen. Ich weiß. Wir müssen eine andere Konsole finden. Ich kenne eine. Folgt mir. Ich kenne eine. Stimmt was nicht, Travart? Dieser Ort beunruhigt mich. Hier starb Tyr's Wache. Was ihr auch tun müsst, tut es schnell. Ich habe Freunde an die Monster verloren, die in diesen Schatten lauern. Wir müssen die Erinnerung prüfen, bevor wir gehen. Sagt, wenn ihr bereit seid. Wir haben alle unsere Pflichten. Die Titanen wachen über euch. Verzeiht, Freund. Wir brauchen die Konsole. Wie genau funktioniert das jetzt? Ich weiß nicht. Wir finden es schon heraus. Die Silberschuppe hat uns in Tyr's Erinnerungen versetzt. Doch ich kenne weder diese Erinnerung, noch diesen Ort. Ich schon. Das... Das ist Tirisfal. Kann das sein? Es muss der legendäre Kampf mit Sakaj sein. Tyr's letzter Kampf. Sein ehrenhaftes Opfer. Oder dafür Entrepreneurschuppei. Das ist das Scheusal, das meinen Orden angriffen. Es war also hinter Tierheer. Das ist das Scheiße. 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 Ich werde sterben und der Traum seht, wird verdammt. Ich werde sterben und ich werde sterben und sterben. Die letzte Aspekte werde euch verraten, Tür. Wird Alexstrasa, wie die anderen, verderbt werden? Wie? Genug. Eure Spielchen enden hier, Sakaj. Ihr seid gebrochen, Tür. Eure Vrykul werden untergehen. Die Verderbnis holt euch alle. Selbst eure verehrten Aspekte. Vielleicht behaltet ihr Recht. Die Sterblichen sind schwach und verfallen leicht der Dunkelheit. Doch der Mut der Aspekte und das Versprechen der Sterblichen geben mir Hoffnung, dass sie das Vermächtnis der Titanen fortführen. Und wenn die Zerstörung dieses Körpers euch von der Welt tilgt, dann soll es so sein! Beide zu werden! Und wenn ihr sie mitnehmen könnt, Aber wie? Oh! 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 Die Sprache geht weiter. Wir fahr die Verderbnis der Aspekte, etwa eine von Thyrs größten Ängsten? So wenig ich den Worten eines Anhängers der alten Götter glauben will. Thyrholt wird belagert, schaltet die Eindringlinge aus. Der Champion und Koranus sind zurück. Habt ihr Thyrs Erinnerungen mitgebracht? Ja. Wir haben Thyrs letzte Erinnerung bei der Silberschuppe und Hauptmann Travath von der Silbernen Hand. Es ist mir eine Ehre, bei Thyrs Rückkehr zu helfen. Wird ihn das wiederherstellen? Das hoffen wir. Es ist an der Zeit, die Schuppe noch einmal zu nutzen. Die Aspekte geben mir Hoffnung. Ich dachte, die Silberschuppe würde genügen. Alles, was zählt, ist... Die Silberschuppe brachte ihn einen Moment zurück. Können wir noch mehr tun? Die Zeitwege sind immer schwerer zu lesen. Wir können uns nur auf die Ewigen vorbereiten. Es gibt immer noch Wege zu erkunden. Bestimmt wird sich uns schon bald einer auftun. Ich werde den Rest der Silbernen Hand mobilisieren. Sie wissen vielleicht etwas. Und sie sollten hiervon erfahren. Was auch kommt, wir werden den Inkarnationen die Stirn bieten. Mit oder ohne Tür. Wir Drachen werden uns erheben.